Ich hatte die große Freude, in diesem Jahr einstehend zu betruten und von Herrn Prof. Zipala wieder zu treffen. Ich bin im Jahr 1996 in Shanghai getroffen. Damals war der Stil in einer Masterclass von John Benin und Uri. Im letzten Jahr sind wir und unsere Schüler begegnet hier in Rieserlohn und ich hatte die große Freude, seine sehr qualitären Schüler Quang und Hau kennen zu lernen. Ja! Ich konnte auf den Jungen-Mann-Lebenen für Tart-Gef-Kart-Gef-Kart-Gef-Kart. Okay, so das nächste Stück ist ein Konzertum für Kuh-Kuh-Kuh-Klang. Und das Festivalorchester. Es war hier auf zwei Chinesischen-Vortglieden. Danke, Frank. Das ist ein Konzertum für die Kinder und die Sünder verfolgen vor deinem Mund. Frau Kuh-Kuh-Kuh-Kuh-Kam-Kuh-Kuh. Ich bitte es zu mal von ihr Mon, des Köhnen in Shengdu und überlaut allen Teilen, der weibere von diesen Festivals. Vielen Dank an alle Winter der Kulissen für Ihre Hauptarbeit, von allen Herrn Thomas und Herrn Depp. Natürlich ein riesen Dankeschön an das Entsonderung von Kuhn-Johann Yipzig-Kopp für Ihre Hauptarbeit. In der nächsten Zeit, Kinesi, Kinesi, in English, für diejenigen, die Ich möchte Herrn Schu-Bau, Professor Schu-Bau, um zu helfen, um meine Nolson-Skin zu veröffentlichen. Ich sage, um... Okay, ich hatte eine gute Chance zu visiten Chengdu earlier this Jahr und dann re-equainted myself mit Professor X. Ich habe ihn zu fangen. Ich habe ihn zu fangen. Herr Schu-Bau, ich bin sehr glücklich, dass ich in der zweiten Szene bin, in der zweiten Szene bin. Wir waren in Shanghai in 1996, wenn er um 10 Jahre alt war, mit einem Mountain Box. Ich bin in der ersten Runde. Ich bin in der ersten Runde. Meine erste Runde war 1990. Ich war der Runde, und ich kam auf die Lerper-Williams und Gerald. In 1996? Ich bin in 1996. Nein, ich bin jetzt. Aber du hast so jung. Okay? Last year, we met again, and I had the pleasure of hearing with the young student, Kwan Yunhong, that before. Now, I had a wonderful time in Chengdu, which involved large amounts of spicy food in the oil, and packed it. I had a wonderful time in Chengdu, and I also taught Kwan Yunhong every day. I found that in Chengdu, when we were in Chengdu, we were very talented and happy. We had a lot of food, and we had a lot of food, Also, Chinese, traditional massage. No! 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 We had a certain three-way translation we had once. Okay, this stage piece is actually a concerto, written for Shubhou and and festival orchestra. It's based on two famous Chinese news, Dark Sky, which is about all time arguing about who he's going to talk, and children have crossed the moon. This is a concerto. The first two moves, there is a third one. The whole concerto is called China Saints. and he's set at the stage. He's been at the stage for a long time and he's kasih a lot and he's working to He's got a conflict and he's all and he's got Das heißt, Dr. B. Ich habe zwei Kulturen gehört, mittlerweile noch zwei Kulturen, eine Stimme vonkim gear und eine Stimme von Kulturen. Das ist die Zumal der Kulturen. Das ist die Welt. Das ist die Welt! Vielen Dank an all the hard work that was going on behind the scenes, particularly to Thomas Tanden, who put in a lot of work. I'd also like to thank all the performers tonight, all of you for coming, who worked hard to bring this first performance to you. I'm also clocking along, and we'll see you in a minute. After we finish. I'd also like to thank all the artists and artists for this performance. I'd also like to thank all the artists and artists. I'd also like to thank Thomas Tanden. Next, we'd like to thank Thomas Tanden. Thank you. 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 Thank you.